so willkommen zurück wir machen jetzt die sammlerplatten wir müssen fünf sammlerplatten suchen von steel wool keine ahnung wie der heißt so dafür müssen wir halt einfach fünf schaltplatten suchen in 40 plus missionen überall schickt ihr mich hier zur karte kann ich mir hier aussuchen oder was ich kann jetzt nicht wirklich sagen was wir hier genau machen müssen die bombe ab könnte ich eigentlich paar tickets noch sammeln aber seeufer seeufer ist ein bisschen blöd am besten der vorstadt 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 herzliche stadt war gerade kontrolle in die hand nehmen vor ort gibt es mal überleben ep 40 plus nehmen wir das ich hoffe wir finden leute weil die schaltplatten keine ahnung ob sie mir direkt angezeigt werden ob es egal ist welche mission so direkt nach stumm schalten so wie ihr seht neuer ladebildschirm mit der schönste dem ich glaube ich bisher hatten und ich muss auf jeden fall danke sagen an die die jetzt alle abonniert haben also was gestern passiert ist mit den ganzen abonnenten und den klickzahlen also keine ahnung was gerade los ist ich kann mal gerade spaßes halber gucken ich habe mit dem einen video jetzt seit gestern noch nicht mal 24 stunden 350 klicks gemacht seit deutlicher rekord aber genau die aufnahme habe ich irgendwie am ton oben gebastelt dafür schon entschuldigung das liegt daran weil der obs standardmäßig auf null dezibel ist und dadurch war das zu leise wie ihr seht jetzt ist es wieder lauter so wie ihr seht auch unten für die neuen ihr wisst ja ladebildschirmzeit ist kommentierzeit like zeit und abozeit das heißt hast du noch kein abo da gelassen wäre jetzt die dafür weil gleichzeitig ausreden lassen noch mal voll wenn du so freundlich wärst ich muss wieder hoch in die folgen ist dann hier mit dem kontroller los da ein dass du findest ja wobei ich jetzt stehen geblieben also wenn du kein abonnent bist einfach abonnieren wie gesagt battle royale alles wird bei mir gezeigt alles was rundum vorteil ist wenn du den kanal mal genauer anguckt wirst du sehen was ich meine wenn du wissen willst wie die 10 euro gewinnen kannst ich habe ein extra video in der video beschreibung wo ich mich einmal vorstelle und wo ich auch zeige wie man den so gut knacken kann also alles ganz entspannt ich habe die modierungseinstellung jetzt eigentlich geändert ich würde schon gerne ja sagen aber so gut wie das fanclub treffen besucht war würde ich eher sagen nein das sind keine lecks das sind fort nach rechts perfekt 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 live aus dem vater toller fund der artikel ist der beste lasst sie da ablucht der merkt schon die gegner werden deutlich stärker er ist gründlich über die frage nach sein beseelter blick zeigt den scharfen verstand eines wissenschaftlers der sich hinter brutalen donnernden riffs verbirgt da will jemand was von las ich fühle mich im rat was ist denn los ey das war nichts die marsch inzwischen nicht mehr locker alleine weg jetzt hoffe ich mir dass die gruppe insgesamt stark genug ist dünn 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 und wie gesagt ich wollte nochmal danke sagen an alle die jetzt abonniert haben und neu dabei sind aber der ist doch selber gerade da drangegangen hey kleiner roboter wenn du schon in meiner vergangenheit rumwühlst gegen ein foto der band hätte ich nichts also man muss es selber aufsammeln der leck war auch ein foto ich habe nämlich die codierung jetzt mal wieder runtergestellt ich hoffe halt nur dass es nichts an der qualität ausmacht sie sehen nicht mehr aus wie eine stürmische clique von freunden sondern wie verbitterte fremde die allein auf der bühne stehen gerüchten zufolge haben liegt das spiel leckt aber in der aufnahme das ist ja ekelhaft du das vor dem musikalischen erfolg ein gemeinsames forschungslabor betrieb seit monaten kein wort gewechselt so enden die ganzen musikfilme immer wir sollten aufhören die waffe ist so stark also wenn ihr die habt macht so ich nicht für schwächere missionen ja aber das leckt wie kacke sonst keine latenten zuerst codierungsprobleme mehr dafür ist das video ziemlich ruckelhaft also dafür muss ich halt auch schon entschuldigen aber wir werden definitiv nach einer lösung suchen so jetzt ist die ganze tagesaufgabe schallplatten habe ich wohl alle gefunden ach die haben schon den wutz gefunden die aufnahme ist ja total für den arsch problem ist ich kann sie jetzt auch nicht neu starten weil die aufgabe kann es ja nur einmal machen ich wüsste wie ich die einstellung vorher hatte vom obs ey die ratter als irgendwie immer noch die beste wache ich habe wo ich halt auch die skizzen von hat das gebäude ist natürlich ultra nervig das ist natürlich das beste wenn dann die leute noch um verlassen und auch also du willst du spauern auch hier ja aber im haus haben wir den haus kommt weg und wir werden saft das haus vom Jetzt werde ich mich froh, wenn die Waffe kaputt ist, echt So, wenn er so fleißig baut, dann crate ich das ganze mal ab Fertig, wo er denn angefangen hat Hier deine Wand vergessen Die Frage ist natürlich, kommen hier auch Gegner her, aber wir werden es dann sehen Na komm, lad hoch So, die Wand ist auch fertig, man sieht schon meine Wände bauen inzwischen schneller Verstärken wir die Seite auch noch Das meine ich an ihm Haus spawnen, ey, das ist der letzte Scheiß Will das Olaf fallen machen? Ich verteidige den Bus! Ach, der kommt natürlich schon an der anderen Seite Naja, die kommt von allen drei Seiten Wir haben einen Bonus im Spiel! Die Waffe ist so behindert Hallo Was ist denn hier los, ey? Was ist denn hier los, ey? Was ist denn hier los, ey? di Was spricht die da gar nicht weg? Ich brauch hier Hilfe, äh Tauch Ist halt die Elite mit dabei die anderen überhaupt was mit sie sind da schön zu zweifeln soll ich alles allein nur noch 30 ein schwule hier durchkommen das sieht definitiv nicht gut aus hier in der hunde 58er war es Nein, nein. Ist das dein Ernst? Schau, was für die Wände? Nein, bin ich hier, bin ich hier, bin ich hier. Blue light. Blue light. For you. We must have more for defending. Blue light. It's blue light. Red light. What do I have to have you? I have to have to. You protect to Bazi. I am the clay. I am the clay. I am the clay. Player of the game that came in. Holy shit. No. Schön wär's. The player of Wano. Spendig der da, ey. Verteidige den Bus. Das ist doch angeschoben. Ey, schön. Wir haben einen Bonus im Spiel. Meine, der Deckenfalle muss ich erst gucken, ey. Was ist das Spiel am Leggen? No, 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 no. Jetzt noch die Deckenfalle, Mann. Ich bin der Berge. Der Berge. Ich bin der Berge. Ich bin der Berge. Das war mir so klar. Was ist das? Ja, ich bin der Berge. Ja, aber ein. Hier ist schon wieder alles offen, ey. Oh nein. Oh nein, ich habe einen Faviter. Ich habe einen Faviter. Ich habe einen Faviter. ja 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 denn das ist ja schon wieder ein Oh, es wäre Nidia Dwarf I am I am I am I am I am the FSD J'ai nid j'ai hettet ma Nur noch 30 Sekunden Oh, guck nach dem Riesen No, vergessen Entschuldigung Countdown läuft Drei Zwei Ein Abschon Oh meh, war das knapp GG Und ich merke definitiv, meine Waffen sind zu schwach Definitiv So, jetzt muss ich glaube ich erstmal gucken, warum die Aufnahme so wackeln ist Und hast du nicht gesehen Das geht ja gar nicht Das sehe ich ja schon in der Aufnahme, dass es am Zucken ist wie Nobles Bye, man Ja, bye, bye Bye, man Ich mein, schwer war die Aufgabe jetzt, ne, ich musste halt nur die Schallplatten einsammeln, aber das Drumherum hat jetzt grad mal überhaupt nicht gepasst Da, 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 da Ich liebe jetzt schon diesen Ladebildschirm, ich glaube ich werde den nie wieder wechseln Ja, ne, wisst ja Like Zeit Kommentiert Zeit Abonniert Zeit So, jetzt muss ich erstmal gucken Ich weiß nicht, was ich da an den Einstellungen ändern muss Das ist furchtbar Falls hat ja vorher alles gepasst Eigentlich hab ich nichts anderes eingestellt von Gefühl her Da, da, da Aber da bringt doch 1500 Euro, das ist ja nix, wenn die Einstellungen nicht genau zueinander passen So, gucken, ob ich hier noch die bekommen Gold und Überlebenden EP Nice Überlebenden EP Und Überlebende Naturplus, für A, noch habe ich schon nix angemordet Von daher Passt das alles hat es eingebaut so eigentlich könnte ich mal gucken ob ich inzwischen mal auf level 40 kommen könnte das könnte passen und und so den haben wir jetzt auch auf max ich wette das jetzt wieder am anderen team war mir klappt 40 jahre 40 ich sag ja man muss so viel überlebenden ep sammeln das ist schon abartig so den haben auf max so kann man noch mal was ich kann es nur nicht mehr wirklich sagen da fehlen uns immer noch 20 müsste eigentlich schon wirklich irgendeine aufgaben haben durch 20 bekommen jeden help in jungen bringen holen soll als problem ist die skizze bräuchte ich eigentlich auch weil gerade weil ich mal immer diese kästchen mache die falle recht gar nicht so schlecht also ich persönlich finde sie nicht schlecht gerade für die kleinen wände weil ich gerne damit spiel ich mache halt noch ungern diese tunnel oder so paar werden mich zwar erschlagen für diese aussage aber dann müssen wir halt einfach mal gucken ach überlebende die zwei muss ich kaufen ich habe mich gar nicht gesehen man sollte mal aufpassen weil überlebende sind ja das wichtigste überhaupt in dem spiel so die kann ich zurückschicken und ihnen auch mein problem ist halt jetzt einfach die richtige zusammenstellung weil klar die werden jetzt von level her ich hätte wenn ich jetzt eben hoch bleiben würde wird er ruckzuck in irgendein team eingebaut und eben hat nur zwei davon sieht er jetzt schon nur erst nicht eingebaut das problem ist halt einfach mit dieser zusammenstellung der ich habe ja automatisch zusammenstellen und das ist ja anscheinend die beste lösung ich habe darum geguckt ich kann auf keine bessere lösung als der dem was der mir zusammengestellt hat aber da muss man halt einfach mal weiter gucken aber bis jetzt sieht es ja eigentlich sooo ganz gut aus so jetzt fangen wir zur aufgabe wie gesagt ihr müsst halt einfach diese schaltplatten einsammeln mehr ist es nicht und die sind halt anscheinend random dann wenn ihr die aufgabe habt in der welt verteilt also in dem sende würde ich sagen haut rein ist